läuft das ist das gerade und wo kommen wir denn von unten kommen wir auf unserem das heißt gut geklappt ja wir hatten immer ganz gute waffen das schon wir konnten nur nicht damit ausrichten doch manchmal schon ja sind wir gleich schon fast dann springt alle raus ja louis springt raus ich denke wir werden eh da hinten rausfliegen von daher wie die alle military raus wollen kennst du doch was ja oben auf dem berg so ziel da kommen wir da kommen wir schaffen da müssen wir jetzt raus oder ja würde ich sagen bringt eine nach oben gucken und ja sie war schon dabei fliege ich sehe auch weiter keinen anderen der hier ausgesprungen ist das sowieso da müssen wir ein auto finden ganz schnell dahin soll schaffen mit dem hinfliegen jetzt da sterben schon die ersten ja kein wunder die alle bei der military ausgesprungen sind ich komme da nicht ganz hin ich auch nicht irgendwie falle ich direkt runter wie ein stein ja ich auch ja ich hänge gleich im bau schaden bekommen ich weiß dafür scheiß nicht nicht auf nur gott lauf ich hätte mal das programm auf lassen sollen wir waren die karte wird also wenn du gleich weg bist dann weiß ich kann mir doch nur 144 herz fernseher kaufen da ist einer links von mir uns hey du bongo hallo ich sei dass er alleine ist oder weiß ich nicht wo da liegt eine waffe jedoch nicht da liegt eine waffe bleib stehen ist immer noch hier wo ist er denn hier bei mir ich verfolge ihn wenn er gleich eine waffe hat bin ich tot das geht auch genau ich habe aber ich glaube der hinter uns ist noch einer südwest er hat auch keine waffe ich glaube der dürfte der andere gewesen sein ja ich glaube der brüder ausstellen und energetrick hat er gehabt aber es ist schon mal gefallen dass die sehen gar nicht mehr aus wie red bull dosen nicht mehr ist nicht aufgefallen aber ich sagen klappen wir erstmal die gebäude ab hier ich habe nur noch zwölf schuss aber ich war auf jeden fall ja ich habe auch nicht mehr viel ich habe gar keine mehr glaube ich ich habe gar keine muni mehr und rucksack ist das gut können hier rot und visier die rot und visier auf der pistole geht auch ich brauche eine wumme wumme brauche ich hier vielleicht bei mir würden noch ein rucksack liegen einen rucksack habe ich auf zwar nur stufe eins aber ich auch aber wir würden nur zwei liegen reicht erst mal stufe eins ich nehme erstmal die uzi mit das stimmt wohl bist du im tower drin gewesen vielleicht war der andere da drin nämlich dass die türen hier auf sind nicht was nicht auch wirklich noch politik liegt aber auch nichts rum was hier noch ist schon wieder zwischen den ruinen rum ja ich bin hier immer noch so ja zwischen den ruinen bin ich noch nicht ich lauf nach außen weiter rum so hier liegt keine waffe rum nur das scheiß pistolen und eine verkackte uzi gibt es auch gar nicht ich habe einen m16 gefunden das war ja klar ich glaube da bist du auch dran vorbeigerennt dein ernst hier vielleicht war ich doch gar nicht das kann auch sein dass ich da gar nicht war okay hier liegt noch eine und polizeiwester stufe 1 liegt hier auch nee ich glaube da war ich noch nicht dann lass die muni liegen komm hier auf der kiste sagt denn überhaupt die karte ja wir müssen runter haben wir noch nicht mehr viel zeit also das ist die dumme für die will ich gar nicht haben eigentlich egal da hast du wirst erstmal eine ich würde sagen wir sollten auch schon mal losgehen ich glaube das wird sonst wieder knapp nicht mehr ich würde sagen ich mir das nehme ich mit ich würde sagen ich mir das nehme ich mit die richtung der nörder nehme ich mal mit kommst du oder willst du noch was gucken naja wenn ich komme kommen sehen aber dann nix also richtung süden müssen wir um die zone kommt ja ich komme ich habe eine machete am arsch kleben und das schätzchen müssen wir rein ja leck mich laufschlampe lauf aber direkt am anfang 2 rasiert und legt mich am arsch naja ja ich muss auch erst mal schaffen ich hätte auch direkt eine warfe ziehen können weg sind wir also der erste nicht abgeschlossen aber der hätte ein bisschen früher umfallen können also habe ich ja wieder geschossen wie so ein voll profi für den habe ich dann weg gemacht ja gut ich habe mir genockt aber wie ich geschossen habe das war das geil ist dann habe ich nichtmals getötet gekriegt anscheinend dass du beide erwischt ok nämlich in der spiel weil ich eine armenbrust mein gott sei doch weil ich doch mal für mich dass ich das auch mal gekriegt ne der liegt noch nur um pferd sein und willst die richtung 2 2 masse ich habe einen glück mutter der kommen wir müssen los ich wollte ja nur gucken was da noch liegt ja komm herr hinaus wie viele moni hast du für die m6 30 ich habe 80 also 60 30 in der waffe 30 als monat als magazin achte geil da gleich die hälfte weg legt mich am arsch ich habe natürlich auch keine verbände und nix verband habe ich weil ich keine welche hinlegen ok dass wir so komisch darunter fallen nicht vor mich dass ich so tief falle und der gleich die hälfte schaden abziehen viel zu offen hier viel zu offen alles das gefällt mir gar nicht zick zack laufen zick zack laufen von die hobby den baum musst du suchen den baum ich bin auch ein baum feller von baum zu baum na toll wenn hier nur einer steht dann nimmst den nächsten welchen den hier unten ich sehe keinen baum hier den hier das ist egal ob baum ob busch hast du jetzt die waffe weggesteckt nix ob baum oder borke ich stecke die waffe weg du ziehst sie wieder oder was willst du dich verarschen hier ist natürlich nichts in der bude drin wo ich stehe hier ist auch nichts drin so eine verrotze pisse hier hier pisa knall euch alle weg achso hast du jetzt eigentlich herausgefunden wie man sachen aufteilt strg gedrückt halten dann rechtsklick da kommt das menü zum teilen seiten steht ein auto was wir benutzen können die türen sind doch alle noch zu aus das heißt nichts ich weiß aber ein bisschen loot für uns noch ein vertikalen griff holographisches visier für eins brauchst nämlich mal mit schauen dass man nicht akimbo pistole spielen können hier liegen zwei hier ist noch eine weste noch einen helm energy drink wenn du das brauchst das bescheid ich nehme einfach alles mit die pistole brauche ich nicht noch ein rot punkt wie sie hier aber wie sie mir sieht bis ausgestattet oder wie ich wollte so ein zweifach oder vierfach suche oder so wenn ich ein finde krieg wirst du den ich habe noch erweitert das magazin verzeihens brauche ich mich mit nichts drin läuft irgendwie ist ja nicht so wirklich viel drin was man gebrauchen kann ja nicht wirklich ne also keine waffe kein nix kein gar nix liegt doch eine machete rucksack stufe 2 jetzt noch mal weiter hoch ich bin bei mir im haus auch schon ganz oben ja meist ist ja ganz oben besseres als hätte hier noch stufe 2 rucksack bei mir komme ich jetzt aber nicht gerade hin und ändert die dringend 7 6 2 munition für akaba ausnäher leider nicht jetzt mal im 420 schuss für die ump werde ich dann noch über 9 mm drin also der nächste der mich geht er freut sich und erweitert das magazin für erweiterte magazin in hier rum ich habe ein zweifach visier gefunden sehr gut auch schon drin ist noch gleich weiter ganze stück sogar ich würde sagen wir gehen weiter oder was jeder fett gefilte auch ich eben bescheid dass wir hier sind du wirst versuchen die noch so die zone kommt ja das ist die so schnell konnte ich auch nicht wir müssen ein ganzes stück eigentlich eine ich laufe schon mal vor ich habe ein paar erste hilfe kitzel wenn ich was brauchst ich habe wieder nirgendwo ein auto steht hat wenig von einem fall kein fahrbares ich bin davon aus dass du das meintest was da vorne stand aber das war keins jetzt bleibt doch nicht an diesem bekackten stein nein wie weit müssen wir denn doch sehr weit ach scheiße das schaffe ich nicht das habe ich jedes mal selber dass wir jedes mal dieser kackzone das ist einfach nicht unser spiel brauchen einfach zu lange um so beschissenen loot zu finden das problem ist wir achten aber nicht auf die zone bei mir hier sind türen offen wo ich jetzt volles risiko ich lauf einfach hast du noch irgendwas um die zahlen ja wie weit müssen wir denn mach mal bei m auf karte ja leck mich wie soll ich das schaffen ja schon vor allem das schlimme ist wenn die zone gleich da ist dann wird das noch heftiger der tick wie viel leben wir verlieren ich muss mich schon einmal heilen lauf du ludel von der zonenrand ich kann ich schon das berühren ich sage jetzt nicht womit aber ich kann ihn gleich berühren freut mich für dich oh gott da hinten ist eine riesen halle oh gott die wird auch noch geschossen dann noch bist du nicht tot lauf da hinten kommt er lauf wo denn sie sehe ich von hier nicht wo ich bin da ist beim haus ist der mit dabei drin und ich habe nichts auf die entfernung ich habe nur roten visier im osten da fährt doch ein auto oh gott y wir müssen noch dringend weiter ne da kommt hilft ja nichts näher müssen wir ja drauf das ist das problem wir müssen ja lang die zone kommt nicht schon wieder wir sollten doch lieber mal fort ein ausprobieren oder aber wir könnten ja auch noch nicht sein da rechts steht ein auto buggy da schaffst du leider nicht schaust ich habe auch nichts mehr um dich hoch zu heilen ne gott ich glaube der buggy ist aufgebockt deswegen fahren die wurden wurde da nicht mehr gefahren oder oder ne doch nicht das ach Ja, ist klar. Guck mal, wie schnell das runtergeht. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Verbände kann ich dir hinschmeißen. Schmerzmittel und Energy. Naja, das reicht trotzdem nicht. Äh. Ey, das ist zum Kotzen. Mir geht das Spiel echt auf den Sack. Ganz ehrlich. Und da ist es. Ey. 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 Ey.